Ich bin die Gnade und die Bärs, die doch gut kriegen und sie können nicht gehen. Ich bin auch nicht gut. Ich gehe heuer und ich komme schon. Ich möchte das sicher ich mir den Triebel in den Hütter. Das ist das eigentlich nur einst. Die sind so schwer. Wir wollen den auf den Ort. Okay, an der Tisch gehen. Fleisch, Brötepit oder Tja, du hast den nicht gehalten. Den, den du leid. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt.